Ja, moin mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Wir hatten ja letztens die kleine Abstimmung, was ich als nächstes spielen soll und es war so ziemlich 50-50. Und das kam mir eigentlich recht gelegen. Wir werden ab heute, also heute Freitag, werden wir Doom anfangen. Die Folge nehme ich nämlich gleich auf und dann wird die direkt auf YouTube geladen. Und dann kommt ja nach das Projekt, mit denen ich eure Namen verwende. Da gibt es noch ein kleines Problem, von daher brauche ich da noch ein bisschen Zeit. Und das wird dann direkt nach Assassin's Creed kommen, voraussichtlich in einer Woche. Und ich hoffe, dass ich bis dahin alle meine Probleme gelöst kriege und das Projekt dann starten kann. Ansonsten werde ich da ein paar Alternativen auf jeden Fall noch parat haben, wo ich auch euren Namen verwenden kann, logischerweise. Ihr werdet ja niemals wissen, welches Projekt eigentlich gemeint war. Freunde, wir sehen uns heute bei den Projekten. Haut rein. Ciao.